Hallo, heute mal ein ganz kurzes Video, auch für Anfänger geeignet, diesmal. Und zwar kann man das wirklich überall nachvollziehen. Es geht heute um den Aurora-Falter, den ja sicherlich die meisten kennen. Das ist dieser kleine Falter, der jetzt überall rumfliegt im Frühjahr mit diesen orangen, ganz auffälligen Flügelspitzen. Das ist das Menschen, der Aurora-Falter. Und ja, die meisten werden ihn kennen, der Falter kommt fast überall vor, ist relativ häufig. Und wir befinden uns jetzt hier gerade an einem Wegrand. Und das ist eigentlich, ja, auch typisch für einen Aurora-Falter entlang von Wegen, Wegrändern, aber auch mitten auf Wiesen und auch in Siedlungsgebieten anzutreffen. Also man kann es wirklich überall nachvollziehen, was ich jetzt gleich zeigen werde. Und zwar der Aurora-Falter legt seine Eier jetzt im Frühjahr an Hürtentechel oder Knoblauchsrauke. Und zwar die Knoblauchsrauke seht ihr jetzt hier im Bild. Das ist diese Pflanze, typisch erkennbar an diesen breiten Blättern und den weißen, schönen weißen Blüten. Und beim Hürtentechel ist es genauso. Ich werde dann vielleicht nochmal ein Video hinten anhängen, wo man Hürtentechel drauf sieht. Und also die Blüten sind eigentlich relativ amerikannd und auch in Kombination mit den Blättern dann. So, der Aurora-Falter legt seine Eier immer, ja, jetzt im Frühjahr eben an die Blattunterseite oder auch vor allem in Knospen- und Blütennähe. Das heißt, wie geht man jetzt vor, wenn man die Art jetzt suchen möchte, dann dreht man einfach so den oberen Teil um von der Pflanze und schaut, ob sich ein Ei daran befindet. Und wie es aussieht, wenn sich ein Ei daran befindet, erkennen wir jetzt hier an diesem Beispiel. Wer es vielleicht schon gesehen hat, hier an diesem Blatt, an der Basis ist so ein kleiner orange Punkt, den man jetzt gerade im Video schlecht erkennt. Jetzt sieht man es besser. Ein kleiner orange Punkt, ja, relativ spitz tatsächlich auch. Also es ist nicht rund, wie bei Zipfelfaltern beispielsweise, sondern eher länglich. Spitz. Ich versuche mal, ob ich es nochmal näher scharf bekomme. Klappt eher nicht so. Aber man erkennt auf jeden Fall, wie es aussieht. Eben so ein oranges, längliches Ei. Und wenn man es suchen möchte, dreht man einfach die obersten Pflanzenteile um. Hier sehe ich jetzt gerade, es sind noch mehrere dran an diesem. Hier erkennt ihr es an diesem Blatt. Hier erkennt man auch wieder so ein oranges, längliches Ei. Und das ist vom Aurora-Falter, ganz typisch. Und da liegt häufig auch dann gleich mehrere Eier an einer Pflanze ab. Wir sehen es auch hier wieder, so ein bisschen einen orangen Punkt. Das ist leider jetzt im Video schlecht darzustellen. Aber so soll es aussehen. Und ja, wie gesagt, ganz einfach nachzuweisen. Jetzt eigentlich fast überall kann man die anfinden. Und ja, einfach diese Knoblausraugen oder auch Hirtentechel und ähnliche jetzt im Frühjahr mal anschauen. Und damit kann man auch für Laien ganz schnell Eier finden. Und hier nun nochmal ein Hirtentechel zum Vergleich. Das sind diese schmalen, schmalen, langen Stängel. Nur wenige Blätter am Grund. Und oben die Samenkapseln dreieckig oder ja, genau, eigentlich dreieckig. Und die Blüten ähnlich wie bei der Knoblausrauge. Die sind jetzt hier relativ schmal. Noch nicht ganz aufgeblüht. Aber ja, ganz schmale Blüten und ganz zierliche Pflanze an sich. Relativ lang und hoch. Und genau, also solche Pflanzen, das sind jetzt nicht die einzigen Pflanzen, die der Aurora-Falter frisst. Aber die besonders, also Hirtentechel und Knoblausrauge, aber auch andere ähnliche Arten. Also es ist ja nicht so wählerig. Und auch hier sehen wir jetzt wieder zum Beispiel an dem Ast auch wieder ein kleines oranges, spitzes Ei. Und das ist auch wieder vom Aurora-Falter. Und natürlich auch hier wieder mehrere Eier zu finden. Auch hier wieder ebenfalls nochmal Aurora-Falter. Genau, also man sieht, man kann jetzt hier im Frühjahr relativ viele Eier finden. Und das wirklich in vielen Habitaten und Biotopen. Und deswegen ist die Suche wirklich jetzt sehr einfach für den Anfänger auch geeignet.